Er ist wohl einer der, wenn nicht gar der bekannteste römische Kaiser. Klar, ihr wisst es alle, ich rede von Gaius Julius Cäsar. Er wurde am 13. Juli 100 v. Chr. in Rom geboren und stand am 15. März 44 v. Chr. Julius Cäsar wurde in eine arme römische Adelsfamilie des Patriziergeschlechts der Julia hineingeboren. Seine Eltern waren sein gleichnamiger Vater und Aurelia. Sie hatten außer Gaius noch zwei Töchter. Seine Familie war im Vergleich mit dem römischen Adel nicht reich. Er wurde schon mit unter 16 verlobt. Nach dem Tod seines Vaters löste er sie jedoch wieder auf. Im gleichen Jahr heiratete er die Tochter des Konsuls Lucius Cornelius Sina. Mit 19 wurde er Offizier im Stab des Stadthalters der Provinz Asia. Nach der Stimmung der Stadt Mytylenes wurde Cäsar mit der Corona-Sivistia ausgezeichnet, die demjenigen verliehen wird, die römische Mitbürger in einer Schlacht des Lehen gerettet haben. Gegen die Erwartungen meldete sich Gaius nach seinem Aufenthalt in Rom nicht zu einer weiteren militärischen Mission, sondern machte eine Studienreise nach Rodos, wo er seine Redekunst verbessern wollte. Auf dem Weg nach Riechenland wurde er von Piraten angegriffen. Nach seiner Verlassung fing er die Piraten und ließ sie kreuzigen. 68 vor Christus wurde er dann in den Senat aufgenommen, nachdem er die Questur begleitet hatte. Dies war das niedrigste Amt der Senat am Ruschen Laufbahn. Unter diesem Rang diente er in Spanien unter Antisitus Vetus. 63 vor Christus wurde Cäsar dann in das Amt des Pontifex Maximus, dem Oberpriester, gewählt. Besagter Karrieresprung war damals außergewöhnlich. Unterstützt wurde er von Marcus Licinius Grasus, der zur damaligen Zeit mächtigste Mann Roms. Sein erstes wichtiges Amt außerhalb Roms war die Stadthalterschaft in Spanien. Die aggressive Kriegsführung gegen die Ibera festigte seinen Ruf als fähiger Stratege. Viele Senatoren widersetzten sich Julius Cäsars Ambitionen. Deswegen ging er ein strategisches Bündnis mit Marcus Licinius Grasus und Gnaeus Pompeius Magnus ein. Marcus brachte Geld, Pompeius das Militär und Cäsar den politischen Einfluss in das Bündnis mit ein. Um die Allianz zu festigen, heiratete Pompeius Cäsars Tochter Julia. Cäsar wollte noch einen Viertmann ins Boot holen, dieser lennte jedoch ab. Bei Amtsantritt war Cäsars 40 Jahre alt, jedoch betrug das Mindestalter 43 Jahre. Auch beim Antritt seiner Prätor war er zu jung. Deswegen vermuten Historiker, dass Cäsar erst nach 100 v. Chr., nämlich im Jahre 102, geboren wurde. Seine Amtsführung im Senat war sehr umschritten. Er beschloss Gesetze, die zugunsten seiner Bündnispartner waren. Da Cäsar sich wiederholt mit offenen Rechtsbrüchen, Überwiderspruch und Obstruktionen eines großen Teils der Senatoren, insbesondere aber über das Veto eines Amtskollegen hinweggesetzt hatte, musste er mit einer Anklage und Verhaftung rechnen, sobald er wieder Privatmann wäre. Dies verhinderte er vorerst mal durch eine ungewöhnlich hohe Amtszeit als Prokonsul in Illyrien und in Gallien von 5 Jahren, die er sich dank seinen Partnern verschaffen konnte. Das Prokonsulat in Gallien bedeutete zunächst einmal einen wichtigen Machtgewinn für Julius Cäsar. Als Prokonsul konnte er Truppen aufstellen, die ihm persönlich eingeschworen waren. Um seine Macht und sein Reichtum auszubauen und seine Rechtsbrücke als Konsul wieder gut zu machen, brauchte er einen großen Krieg außerhalb der Grenzen des Reiches, den er bei den zerschrittenen gallischen Stämmen fand. Im Jahr 56 v. Chr. besiegte einer seiner Kommandeure die Aufstände in der Bretagne. Somit konnte er den größten Teil Galliens unter seine Kontrolle bringen. Jedoch gewann er nicht alle Schlachten. Zum Beispiel die gegen die Minori und Minapia verlor er. Ein Jahr später fielen zwei germanische Stämme in Gallien ein. Cäsar verhandelte mit ihnen, um sie auf das rechtsrheinische Gebiet der Rubia anzusiedeln. Während eines Waffenstillstandes gab es dann einen Zwischenfall zwischen der Germanen und Cäsars Hilfstruppe. Er nahm dies als Vorwand, um die germanischen Häuptlinge, die mit der Bitte um Entschuldigung in sein Lager gekommen waren, hinzurichten und die führerlosen Germanen töten zu lassen. Laut Cäsars eigenen Aussagen starben 430.000 Menschen im Krieg. Die Römer hatten aber jedoch keinen einzigen Toten zu melden. 52 v. Chr. lieferte sich Cäsar einen ebenwürdigen Kampf mit den Fürsten der Averna, Messingetorix. Dieser vereinte fast alle germanischen Stämme und konnte sogar ein paar Siege durch kluge Taktiken verzeichnen. Letztendlich vorlor er aber. Nach dem Krieg wurde er hingerichtet. Der griechische Schriftsteller Blutarch, der hat auch die Legende um den Marathonlauf geschrieben, in der es in diesem Video hergeht, gibt an, dass im Gallischen Krieg mehr als eine Million Galliere ihr Leben verloren haben und eine weitere Million versklavt wurden. Cäsar berichtet in seinen Schriften über seine Zeit in Rom. Diese liefern zwar viele Details, sind aber zur Rechtfertigung seiner Kriegszüge gedacht. 53 v. Chr. ist bereits einer seiner Partner, nämlich Crassos. auf einem Feldzug ums Leben gekommen. Gleichzeitig hatte sich Pompejus dem Senat angenähert, da ihm Cäsar zu mächtig wurde. Somit bestand das Triumph-Virat nicht mehr. Julius wollte noch eine Amtszeit in Gallien verbringen, damit er nicht vor Gericht gestellt werden konnte. Die Optimaten im Senat wollten dies aber um jeden Preis verhindern und forderten, dass Cäsar seine 10 Legionen aufgäbe. Verständlicherweise weigerte er sich, wenn nicht auch Crassos sein eigenes Herr im gleichen Zug auflöse. Am Ende der Verhandlungen hatte Cäsar keine politische Basis mehr in Rom und musste sich fürchten, von seinen Feinden zur Rechenschaft gezogen zu werden. Vor die Wahl gestellt, sich entweder einem Prozess zu stellen, der seine politische Karriere beendete und ihn persönlich ruiniert hätte, oder sich gewaltsam gegen die Republik zu wenden, entschied sich Cäsar für den Bürgerkrieg. Er schaffte es in allen Märschen, alle wichtigen Städte Norditaliens unter seine Kontrolle zu bringen, da Pompejus seinen Krieg gegen ihn von Griechenland ausführte, da er mit den Senatoren geflohen war. Pompejus wurde bis nach Alexandria in Ägypten verfolgt. Diese Stadt wurde von Alexander dem Großen gegründet, dessen Kurzbiografie oben auf dem i aufgerufen werden kann. Dort angekommen, wurde ihm der Kopf seines Rivalen übergeben. Er ließ jedoch Gnade walten und ließ ihn ehrenhaft bestatten. In Ägypten traf Julius Kleopatra, mit der er eine Liebesbeziehung einging und sogar ein Kind hatte. In der Videobeschreibung verlinke ich euch eine Dokumentation, die näher auf das wohl berühmteste Liebespaar der Antike eingeht. Nach der Rückkehr aus Ägypten, 46 v. Chr. hatte er sich zum Diktator auf 10 Jahre ernennen lassen. Nach seinen letzten Kriegserfolgen aber, wurde er vom Senat zum Diktator Perpetus, Diktator auf Lebenszeit, ernannt. Dieser nicht verfassungskonforme Titel ließ den Verdacht entstehen, er wolle eine Monarchie aufbauen. Diese Frage beschäftigt Historiker noch bis heute. Sicher ist aber, dass seine Stellung königsgleich war. Im Senat bildete sich derweil eine Gruppe, die Cäsar töten wollte, da er sich unerwartet als Tyrann entpuppte. Er musste sterben, um Rom die Freiheit zurückzugeben. Letztendlich wurde er am 15. März, 44 v. Chr. von einer Gruppe Senatoren, unter den Anführungen Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius Longius, während einer Senatssitzung im Theater des Pompejus mit 23 Dolchstichen ermordet. An der Tat waren sogar 60 Personen beteiligt. Seine letzten Worte sollen an Marcus Brutus gerichtet gewesen sein und lauten, auch du mein Sohn. Cäsar war für ihn eine Art väterlicher Freund. Vermutlich waren aber seine Verletzungen durch die mehrfachen Dolchstiche so schwer, um noch zu sprechen. Nach seinem Tod wurden aufwendige Leichenspiele veranstaltet und mehrtäglich einen Scheiterhaufen gebaut. Seine Leiche aber wurde von der Bevölkerung an sich gerissen und sie errichteten einen neuen Scheiterhaufen, auf dem er letztendlich verbrannte. Gaius Julius Cäsar hat aber noch gute Dinge bewirkt. Beispielsweise führte er den julianischen Kalender ein und belebte durch seine Kolonien die Stadt Carthago und Korinth wieder. Der Name Cäsar leitet sich laut Plinius vom Prinzip Perfekt des lateinischen Wortes Sedare, Ausschneiden und Cassius geschnitten ab. Der Titel Cäsar war seit Augustus ein Teil des Namens und der Titelatur des römischen Herrschers. In der Antike wurde er Kaiser ausgesprochen, daher kommt der heutige Begriff Kaiser und auch der Herrschaftstitel Zar leitet sich davon ab. Das einzigste Porträt von ihm findet man auf den von ihm im letzten Lebensjahr geprägten Münzen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen. Wen soll ich das nächste Mal in einer Kurzbiografie unter die Lupe nehmen? Schreibst du doch gerne bitte in die Kommentare und vergesst auch nicht ein Like und ein Abo dazulassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!